Mobilität ist ein Bedürfnis von uns allen. Sie lässt uns Freiheit spüren, die Welt entdecken und die Menschen treffen, die wir lieben. Nichts hat unsere individuelle Mobilität mehr geprägt als das Auto. Anfangs musste man es noch aufwendig von Hand starten. Eine einfachere Lösung war der Beginn unserer Unternehmensgeschichte. Wir ersetzen die Kurbel durch einen elektrischen Anlasser. Mehr als ein Jahrhundert später, erst als Teil von Bosch und seit 2018 als SEG Automotive, leitet uns noch immer dieselbe Motivation. Mobilität, sicher, zuverlässig und effizient zu machen. Auf der ganzen Welt können Sie den Einfluss unserer 7000 Mitarbeiter spüren. Wir sind der Motor, der Mobilität seit 1914 startet, der aktuell 300 Millionen Fahrzeuge antreibt. Wir sind der Motor. Inbegriff für Effizienz und Zuverlässigkeit unter härtesten Bedingungen. Auf der Straße und jenseits davon. Wir sind der Motor, der den Wandel in Gang bringt, beschleunigt von Experten voller Leidenschaft. Pionier bei Start-Stop und 48-Volt-Hybridisierung. Wir sind der Motor mit über 100 Jahren E-Maschinen-Kompetenz. Für urbane Leichtelektromobile, für jede Art von E-Antrieb und für nachhaltige individuelle Mobilität. Wir sind der Motor für die Mobilität von heute und morgen.